Kamera läuft schon. Also jetzt sind wir hier in der Breitachklamm. Allerdings ganz oben, weil mir mittendrin der Akku ausgegangen ist. Und jetzt filme ich die Breitachklamm von oben nochmal ganz runter mit der Insta 360 One X. So, da drüben seht ihr die Karte. Könnt ihr mal sehen, man kann hier noch super wandern. Also nehmt euch ruhig den ganzen Tag Zeit, um hier zu sein. Man kann hier echt viel machen, wenn man gerne wandert natürlich. Also hier die Karte rein. Immer nach oben. Ja, wie beim Fell on. Und los geht. Jetzt hoffe ich mal, dass der Akku ganz hält. Manchmal wird es vielleicht Wind geben oder vor allem das Rauschen. Das wird brutal laut sein. Aber ich gebe alles. Letztendlich ist es ja die Natur, warum wir hier sind oder hier eingeschalten habt. Ja, wegen mir auch schon ein bisschen. Aber hauptsächlich wegen der Klamm. Hallo. Hallo. So, los geht's. So, los geht's. Wohohohohohohoho. Wohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ich schätze mal, das Video wird runtergesausten, nicht so lange wie raufgesausten. Ja, wann? Übrigens, ihr könnt mit dem Handy, wenn ihr es auf dem Handy anschaut, hin und her bewegen und selber entscheiden, wo ihr hinschaut. Wenn ihr es auf dem PC anschaut oder dem Laptop, dann könnt ihr mit der Maus bewegen, wo ihr hinschaut. Jetzt ab und zu müsst ihr hier schon mitmachen. Dann schaut ihr vielleicht nur noch an die Felswand oder so. Gut. Schaut mal ganz da oben, da ist der Wanderweg. Die Handwerk haben mich gerettet. Geht an. Vielen Dank. 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 Nicht ganz nach Zitrone. Aber es ist schon verrückt, was sie sich vom Tourismusverein einfallen lassen, dass der Wanderer hier Spaß hat. Ich hoffe, dass der Wanderer hier oben ist. Einfach an was anderes denkt. So, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. So, das ist ein Radau da vorne. Also, irgendwie habe ich jetzt nach dem Eisenganzpilzischen Geschmack im Mund. Ich hoffe, der hat der Wanderer, der hat noch Tabletten genommen. Oh, ja, 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 ja. So, ja, ja, ja. So, ja, 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 ja. So, ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 1X60 One X-Trick, geschwebende Handschuhe, okay, die Technik, verrückt, dass die einfach diesen Selfie-Stick rausrechnet, also wer jetzt immer noch glaubt, ich filme mit der Drohne, das stimmt nicht, das ist die kleine Insta. Kannst du immer gut verstauen? Die letzten habe ich in Amsterdam verloren und habe mit dem CNA neue gekauft. So war es, genau dieselbe, wie ich es in Amazon vorher gekauft habe. Verrückt! Verrückt! So, jetzt geht es in den Tunnel. Jetzt versteht man mich letztens heute. Ich weiß gar nicht, wie man das ganze Zeit alles erzählt hat. Ich habe so viele schöne Sachen erzählt, ob man gar nicht mitkriegt. Ah, ich sehe schon den Ausgang. Also, ich weiß nicht, was ich schon gesagt habe. 4,50 Euro Eintritt, 3 Euro Parken, dafür ist es richtig gut. Muss man mal gut gemacht haben. Ich habe jetzt ziemlich viele Klamms schon gemacht. Also, die Reitag-Klamm, die Geister-Klamm, die Leuchner-Klamm und die Höllen-Klamm. Sind das so die größten oder haben wir noch eine? Wenn ja, schreibt jetzt in die Kommentare. Schreibt es rein. Schreibt niemals was rein. Aber nur gute Sachen, Schall. Wenn es euch nicht gefallen hat, zwei Daumen hoch. Das ist immer noch die Regel vom Bodensee. Die gilt immer für alle Videos. So, hier ist abgesperrt. Hier wird dann zugemacht. Immer ins Mikrofon sprechen. Das ist eh so schlecht bei der Insta. Das ist die Kamera mit dem schlechtesten Mikrofon. Der Osmo Pocket ist so, naja, geht noch. Und da muss man sich so Fummel kaufen. Wenn ich das schon sehe, denke ich, das breche ich gleich ab. Und, ja. Gut geht es. Komischerweise mit meinem Huawei P30 Pro. Da geht es wirklich gut. Also, Freunde. Falls der Akku jetzt ausfällt, müssen wir ihn eh durch. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Sag ich das Wort richtig oft. Dann schreibt es in die Kommentare. Wenigstens das. Ja. Also, mir hat es Spaß gemacht. Und, richtig, Spaß gemacht. Und, ähm. Wie war das jetzt wieder? Also, ihr müsst Daumen hoch geben. Ihr müsst das Video teilen. Oma, Angie. Teilen heißt nicht zerschneiden. Lass alles ganz. Teilen heißt schick den Link. Ach Gott. Die Adresse da oben im HTT irgendwie was. Das musst du weiter schicken an jemand anders. Oder drück auf Teilen. Da gibt es Teilen. Und dann kannst du auch über WhatsApp. Das hast du doch. Teil doch das Video. Kannst ja schicken. Du kennst ja so viele Leute. Ja. Und was brauche ich noch? Abonnements. Um es mal Französisch auszudrücken. Like Button, Teile und Abo. Und Glocke. Glocke ist immer wichtig. Weil, dann kriegt ihr immer sofort eine Nachricht, wenn ich ein neues Video rein stelle. Ach, Entschuldigung, dass ich so schnaufe. Na ja, jetzt hält dieser Akku tapfer bis zum Schluss durch. Aber ich lasse es laufen. Ich gebe nicht auf. Die Abmoderation habe ich ja schon gemacht. Ach Gott. Was man da alles an. Was man da alles denken muss. Früher hast du zwei, drei Fotos gemacht. Dann hast du eine Postkarte geschrieben. Geschrieben. Eine Postkarte geschrieben. Und jetzt. Na gut. Du kannst ein kleines Video machen. Und kannst es teilen. Exit. Ausgang und WC. Zum Schluss darf man noch mal keine Karussell fahren. Oder Karussell. Da sind gar keine Kette dran. Kostet es noch mal einen Euro extra. Aber komm, schön war es. Ach, schade. Ach, jetzt wollte ich noch mal runter mit dem Hubschrauber fliegen. Jetzt ist das Ding kaputt. Da ist man ja den ganzen Tag jetzt versaut. Kein Wunder. Ich glaube der ist in die Hochspannungsleitung gekommen. Und hat sich dann verwickelt. Und zur Band. Ja. Ist halt schon gefährlich. Der Flugverkehr. Kenne ich. Drohnen muss man auch immer aufpassen. So. Wo steht jetzt mein schönes Auto? Jetzt wird das mein Auto, was ich extra geputzt habe. von dem Hasekastendorf verdeckt. Na ja. Gut. Was willst du machen? Also Freunde der Liebe. Geile Sache. Verstehe ich da mein Schätzle. Ja. Damit fährt es sich schon besser her. Ja. Also. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Schön, dass ihr so eine tapfer Wartung bis zum Schluss durchgehalten habt. Ähm. Ja. Das mit dem Teil habe ich schon gesagt. Egal. Also. Ich sehe euch beim nächsten Video. Ciao.